Hallo, servus und grüß euch, der Müller von der Dezentrale.at. Heutiges Thema, PFP und Game-NFTs und die Bewertung derer. Im letzten Video habe ich euch mal diese PFPs, also die Pictures for Profile-NFTs, mal ein bisschen vorgestellt. Heute gehen wir jetzt ein bisschen in die Tiefe. Und zwar, wie findet ihr Projekte, wo es wert ist, zu investieren? Also ich möchte euch mit diesem Video ein paar Basiswerkzeuge an die Hand geben, wo ihr euch einen ersten Überblick machen könnt, ob dieses Projekt was taugt oder eben nicht. Doch dazu gleich mehr. So, da ist er wieder und wir steigen gleich ein ins Thema. Vorher möchte ich euch aber noch kurz mitteilen, dass dieses Video natürlich keine Anlageberatung ist oder eine Kaufempfehlung, sondern es geht nur darum, euch ein paar Dinge zu zeigen, worauf ihr achten könnt oder achten solltet, wenn ihr Interesse habt, in die Welt dieser PFP und Gaming-NFTs einzusteigen. Okay? Gut. Also, beginnen wir gerade mal mit Projekten, die in naher Zukunft gemintet werden. Und dazu gehen wir auf meinen Desktop und wir sind hier auf rarity.tools. Diese Webseite habe ich euch im letzten Video schon vorgestellt. Da werden diese diversen Drops quasi aufgelistet. Und zwar jeweils der Tag, wann es stattfinden soll. Also hier war es ein Pre-Sale, der war gestern von den Bohemian Bulldogs. Und heute Abend wird der Public-Sale sein. Wir haben hier dann jeweils ein Total von 10.000 unterschiedlichen NFTs. Daneben haben wir den Discord-Kanal, wir haben den Twitter-Kanal und wir haben die Webseite. Und wir steigen jetzt gleich ein beim Twitter-Kanal. Also ich muss auch sagen, ich habe mich lange, lange gewehrt, einen Twitter-Kanal zu machen oder einen Twitter-Account, weil irgendwie so, nee. Aber mittlerweile ist es halt so, dass man schon fast dabei sein muss, wenn man diese ganze Sache wirklich seriös betreiben möchte und unter Umständen auch ein wenig Geld damit verdienen will. Also, jetzt sind wir hier auf dem Twitter-Kanal von den Bohemian Bulldogs. Was ist jetzt wichtig? Wichtig ist diese Zahl hier. Wie viele Followers haben die? Okay? Weil es ist ganz wichtig, wenn ihr jetzt so ein Projekt findet, das findet ihr toll, weil es schaut super aus oder auch der Hintergedanke, was die damit machen wollen, ist alles cool. Und dann haben die hier 500 Follower. Und wir haben aber, wie wir gesehen haben, also jetzt im Fall von Bohemian Bulldogs, haben wir 10.000 NFTs, die rausgehen. Ja, jetzt kann es natürlich sein, dass diese 500 Follower, jetzt mal angenommen, alle diese NFTs kaufen. Dann habt ihr aber ein bisschen ein Problem, weil dann unter Umständen jeder von diesen Followern 10, 20, 30 oder noch mehr NFTs im Schnitt hat. Und da kommen wir dann zu einem Problem, wenn ihr nämlich auch einen von diesen NFTs gekauft habt und ihr den wieder verkaufen möchtet und ihr habt eine Community von weltweit 500 Leuten, dann ist entweder euer NFT relativ schnell wertlos oder ihr werdet sie nicht los. Okay? Also das ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ich würde mal so sagen, so über den Daumen, ab 2.500 Follower, ab Twitter wird es interessant. Alles, was drunter ist, würde ich persönlich jetzt, das muss natürlich jeder für euch wissen, würde ich die Finger davon lassen. Dann das Zweite, wenn wir schon mal auf Twitter sind, wie kriege ich sonst noch Informationen? Und das geht am einfachsten, wenn ihr gewissen Menschen folgt. Und zwar einer oder zwei der wichtigsten sind hier der Pranksy und der Gary V. Der Pranksy und der Gary V, das sind, würde ich mal sagen, weltweite NFT-Kapazunder. Also das heisst, die haben unfassbar viel Geld investiert in unterschiedlichste NFT-Projekte und sind, ich würde jetzt mal sagen, neben Whale Shark, das ist, glaube ich, der grösste weltweit, aber die Jungs sind ganz weit vorne. Und die machen den ganzen Tag nichts anderes, als sich mit NFTs beschäftigen. Also das bedeutet, wenn ein Pranksy oder ein Gary V über ein Projekt twittert, dann könnt ihr mal davon ausgehen, dass in diesem Projekt zumindest mal ein Potenzial steckt. Weil sonst würde sich ein Pranksy oder ein Gary V schlicht und ergreifend nicht dafür interessieren. Okay, also das ist so eine Variante, wenn ihr eben einen Pranksy, Gary V, Whale Shark und vielleicht fallen euch noch ein paar andere ein, also wenn ihr so denen folgt, wobei Whale Shark eher auf NFTs aus dem Kunstbereich ist. Aber Pranksy und Gary V sind schon mal eine Hausnummer. Und wie gesagt, wenn diese zwei Jungs einem Projekt folgen oder eventuell sogar Tweets abgeben über dieses Projekt, dann steckt da mal ziemlich viel Potenzial drin. Okay, das mal grob zum Thema Twitter. Jetzt gehen wir zurück, respektive wir gehen jetzt gleich mal auf Discord. Und zwar sind wir hier auf den Bohemian Bulldogs, wie ihr hier oben seht. Und ich habe mich offensichtlich 15.51 Uhr, habe ich das letzte Mal da reingeschaut. Es ist jetzt 16.40 Uhr. Und ihr seht, in dieser Zeit sind, Moment, macht es mir gleich viel einfacher. So, jetzt. 178 neue Nachrichten. Okay. Also das heisst, ihr erkennt es daran, dass auf dem Discord-Kanal von den Bohemian Bulldogs ist eine aktive Community. Also da geht was. Und ihr seht es hier, Members, das sind 25.174 Members. Also das ist schon ziemlich ordentlich. Aber es nützt euch alles nichts, wenn da oben 25.000 Members sind und es passiert auf diesem Kanal nichts. Also es schreibt keiner was oder es gibt keine Announcements von den Administratoren und so weiter und so fort. Dann ist das Projekt tot. Dasselbe gilt für Twitter. Also wenn jetzt ein Twitter-Kanal irgendwelche 10.000 Follower hat, aber dort passiert nichts. Also da, weiss ich nicht, zwei Tweets am Tag, dann könnt ihr es vergessen, weil dann ist die Community nicht dahinter und die, würde ich sagen, also die Entwickler oder die Admins sind auch nicht dahinter und somit könnt ihr das im Prinzip das Projekt schon abhaken. Hat sich erledigt. Also auch immer neben den Followern schauen, findet Aktivität statt auf diesen jeweiligen Konten. Das ist, und das sind schon mal Anhaltspunkte, wo ihr eben sehen könnt, ja, okay, dieses Projekt hat Potenzial. Natürlich schaut ihr euch auch die Webseite an, die ihr auch hier findet, klarerweise, opsla, falsch, da müssen wir hin, die ihr hier auch findet, weil dort wird euch quasi das Projekt erklärt. Also was haben die vor mit diesem NFT, was soll der machen, soll das nur quasi ein Zeichen nach außen sein, dass ich einer Community angehöre oder soll daraus irgendwann mal ein Spiel werden oder gibt es da eventuell Real World irgendwas dahinter und so weiter und so fort. Und wie gesagt, wenn ihr euch mit diesem Projekt als solches identifizieren könnt, habt ihr die Möglichkeit, hier euch mal das erste Bild über das Projekt und deren Community zu machen. So, das war jetzt mal so zum Thema NFT-Projekte, die gemintet werden, also in naher Zukunft, wie eben heute zum Beispiel die Bohemian Bulldogs im Public Sale. Jetzt gehen wir weiter und schauen uns mal an diese Gaming-NFTs und da gibt es eine Seite, die nennt sich playtoearn.net und da drauf werden diese NFT-Spiele im Prinzip aufgezeigt mit den ganzen Informationen und das Ranking. Das bezieht sich aber nicht nur auf Ethereum, sondern da seht ihr, da ist Binance Smart Chain, hier ist WeChain, hier ist die Flow Chain, hier ist Ethereum und Engine und so weiter und so fort. Also ihr seht, da gibt es mehrere Chains, auf denen diese Games laufen und ihr könnt hier schon mal vorfiltern, was euch interessiert. Also eben haben wir WeChain, Phantasma Chain, Neo, Ronin, Chain Games, EOS, Binance, Polygon, Ethereum und so weiter und so fort. Also jetzt mal für nicht böse nehmen, aber für die Normalsterblichen nehmen wir jetzt mal die Ethereum Chain und auch so habe ich im Prinzip diese Ape Gang jetzt nur mal als Beispiel gefunden. So, jetzt was sehen wir hier auf den ersten Blick. Was uns interessiert ist diese Kurve hier hinten und zwar zeigt uns diese Kurve an, wie es so mit der Community ausschaut. Sagen wir es mal so. Jetzt klicken wir das mal an, sind hier Ape Gang, da haben wir dann kurz die Story, also um was es in diesem Spiel gehen soll, was der Hintergedanke ist. Hier oben haben wir wieder die Links, also die Homepage, Twitterkanal, Discord und Instagram und was uns jetzt aber mal fürs Erste interessiert, um uns ein Bild über dieses Projekt und vor allem über die Community machen zu können, ist diese Kurve hier oder sind diese Kurven. Diese Kurven zeigen so ein bisschen an, was sich so tut um dieses Projekt, also auf den sozialen Medien, wie schaut das aus, was passiert da, ist diese Community aktiv oder ist die inaktiv, also wenn ihr sowas seht und dann geht die Linie da unten irgendwie weiter, dann könnt es mal sagen, ja okay, Projekt tot, können wir vergessen, interessiert nicht. Aber das hier sieht jetzt schon mal ganz spannend aus, das hatte hier vorne zwar mal einen kleinen Tipp, warum auch immer, aber da geht ein bisschen was und ihr seht jetzt auch hier haben die sogar ein bisschen einen Sprung nach oben gemacht, also diese Community lebt, wenn man das mal so mit einfachen Worten sagen kann. Und jetzt schauen wir uns mal an, was es dann mit dieser Ape Gang auf sich hat und gehen dazu auf OpenSea. Und hier kommen wir jetzt zu den nächsten Anhaltspunkten, die uns helfen können, ein Projekt zu bewerten. Und zwar ist das zum einen die Anzahl der unterschiedlichen Besitzer und die Anzahl der Items, also der unterschiedlichen NFTs. Und wenn wir jetzt hier schauen, haben wir 4100 Besitzer von 10.000 NFTs. Also das heißt, dass im Durchschnitt ein Besitzer ungefähr 2, Schlag mich tot von diesen NFTs besitzt. Das bedeutet auf der anderen Seite, dass diese NFTs eigentlich relativ breit gestreut sind. Wenn jetzt hier sagen wir mal 100 Besitzer wären, die 10.000 Items haben, das würde ja dann bedeuten, dass im Schnitt ein Besitzer an die 100 von diesen NFTs besitzt. Das taugt alles schon mal gar nichts. Das ist zum einen der Gedanke der Dezentralität geht da völlig flöten, weil sich diese NFTs wieder in wenigen Händen bündeln. Als so über den Daumen gepeilt kann man sagen, also hat sich herauskristallisiert, wenn im Schnitt ein Owner Maximum 4 NFTs hält im Durchschnitt, dann ist das in Ordnung. Alles was über 4 ist, gilt es zu vermeiden. Also das heisst im Prinzip, wenn jetzt hier sagen wir 6000 Owner wären, dann wären wir im Schnitt bei ungefähr 1,5 oder was auch immer, was natürlich wesentlich besser ist. Also je tiefer dieser Schnitt, umso besser, bei 4 im Durchschnitt würde ich aufhören. Also drüber wird es dann mühsam. Weil da kommt natürlich dann auch dazu, wenn ihr diese NFTs wieder verkaufen möchtet, das heisst, je mehr unterschiedliche Owner es gibt, umso dezentraler ist die ganze Nummer und die Möglichkeit, dass ihr euren NFT in Zukunft verkaufen möchtet, steigt natürlich damit auch. Also das im Durchschnitt sollte ein Besitzer nicht mehr als 4 NFTs eben jetzt von dieser Ape Gang hier besitzen. Das ist in diesem Fall natürlich absolut gegeben. ein weiterer sehr spannender Indikator ist die Activity und die Activity zeigt so ein bisschen das Handelsvolumen ok und die Durchschnittspreise was da gehandelt wurde und das ist natürlich sehr spannend also das heisst wenn ihr hier eine Kurve habt die entweder so hoch geht dann runter und unten bleibt ja vielleicht nicht so toll eine sehr schöne Linie ist wie bei einer ganz normalen Aktienbewertung dass es immer ein bisschen Konsolidierungsphasen gibt ok also wir hatten hier ein High dann hat die ganze Sache wieder konsolidiert ist dann hier wieder angestiegen leicht angebrochen wieder ein bisschen hoch und ist dann hier hinten wieder angestiegen und konsolidiert jetzt hier wieder also das heisst wenn man jetzt hier mal ganz blöd gesagt eine Linie drüber legen würde dann hätten wir hier grundsätzlich mal also jetzt aus der technischen Analyse her hätten wir eine steigende Tendenz jetzt was können wir daraus noch ablesen wir können daraus ablesen dass der Durchschnittspreis gerade momentan unten ist ok also wenn wir jetzt auf den buying the dip also das unter Umständen wenn man Interesse an diesem ganzen Projekt hat mal schauen ob der vielleicht noch ein bisschen weiter runter geht und dann einen idealen Einstiegspunkt erwischen könnte um sich so ein Ape Gang NFT zu ergattern ok so das mal dazu und jetzt zeige ich euch mal so was wie ein Ideal Bild was ich euch gerade gezeigt habe und zwar gehen wir zum Bored Ape Yacht Club 5600 unterschiedliche Besitzer auf 10.000 gemintete NFTs also von dem her sensationell also das heisst im Durchschnitt hat besitzt ein Besitzer weniger als zwei NFTs wir haben hier einen Floor Price von 36 Eter 36 Eter die Dinger wurden gemintet für ich glaube 0,8 Eter also ist schon mal nicht schlecht grundsätzlich jetzt schauen wir uns auch hier die Activity an und wir sehen auch hier Auf und Abs also das geht nicht immer nur to the moon rauf 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 sondern das konsolidiert zwischendurch wieder hat hier mal eine gröbere Delle immer wieder ein paar Spitzen drin und ist jetzt hier gerade wieder ein bisschen am Abflachen auch wenn man hier jetzt eine Linie drüber legt würde ich sagen ja relativ stabil sagen wir es mal so aber gerade momentan eher so ein bisschen ein Abwärtstrend das kann durchaus sein dass diese Bored Apes jetzt gerade ein bisschen heftig überhitzt sind weil das ist natürlich schon ein Knaller wenn man innerhalb von fünf oder sechs Monaten wir können uns das mal anschauen so einen Sprung macht wo ist hier der Floor das sind Bits da ist der Floor mit 36 Ethereum und wenn wir uns diesen Kollegen jetzt hier mal anschauen da war der Average Preis am 20.06 lag bei 1,9 Eter und liegt jetzt bei 14,2 Eter der Durchschnittspreis okay also das ist schon ziemlich amtlich und wenn wir hier unten die Transfers anschauen ah der Pransky da taucht er wieder auf wenn wir jetzt mal schauen was der Pransky bezahlt hat für diesen Bored Ape also der hat mehrere gekauft das sind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Stück hat er gekauft und er hat bezahlt dafür 1,6 Eter für 9 Stück okay also ihr seht der Pransky hat da einen ziemlichen Schnapper gemacht und wenn er es nicht schon längst getan hat dann kann er jetzt seinem Chef sagen du morgen komme ich dann nicht ja so okay also ihr coole Sache aber es ist natürlich schwierig so einen Bluechip NFT zu finden okay auch wenn ihr diese Analyse Tools verwendet die ich euch gezeigt habe dann heisst das noch lange nicht dass dieses Projekt ein zukünftiges Bored Ape Yacht Club ist das müsst ihr euch klar sein es gibt immer wieder Ausreisser wie man hier sieht wo gewaltige Steigerungen drin sind es gibt aber ich würde jetzt mal geschätzt sagen 95% werden das nicht schaffen auch wenn ihr wirklich absolut sauber recherchiert habt das ist nun mal so so und jetzt habe ich euch am Anfang versprochen ich zeige euch noch was quasi Spezielles und zwar sind das NFTs die Dividenden abwerfen dieser NFT also in diesem unserem Beispiel jetzt Cyber Kongs die werfen euch ein passives Einkommen ab und jetzt wollen wir uns mal anschauen wie es denn ausschaut mit diesem passiven Einkommen als erstes wenden wir unser gelerntes an wir haben 1700 Owner auf 4000 NFTs also von dem her alles im grünsten Bereich dann schauen wir hier bei der Activity ihr seht auch hier das steigt nicht irgendwie so hoch und fällt dann runter das ist alles in allem relativ stabil geht jetzt sogar hier ein bisschen runter also ist ziemlich eingeknickt hier wobei da gibt es jetzt eine Spezialität bei diesen Cyber Kongs und das möchte ich euch kurz zeigen und zwar seht ihr hier Moment wir haben hier Baby Trade Genesis Trade und Legendary Trade Baby Trade die generieren kein passives Einkommen ganz wichtig also und das sind auch die günstigen ihr seht hier 8 8 Äther zum Beispiel das ist aber ein Baby und was für uns interessant ist oder interessant ist für die die da eventuell einsteigen wollen das sind die Genesis Trades weil die Genesis Trades werfen pro Tag 10 Bananas ab und wir sehen hier wir reden jetzt von Preisen über 100 Äther 100 Äther also das Zeugs ist richtig teuer und jetzt natürlich die Frage ja das ist super toll und schön der wirft mir pro Tag 10 Banana Token ab toll ja ist toll und zwar wir sind hier auf Coingecko wir haben hier den Banana Token und jetzt schauen wir uns mal die Preisentwicklung Maximum ab das hat angefangen Anfangs August ok das sind zweieinhalb Monate August September Oktober ja zweieinhalb Monate zwischendurch war der auf 106 Euro hat sich jetzt er hat konsolidiert und ist jetzt hier wahrscheinlich wieder zumindest tendenziell auf dem aufsteigenden Ast und wir reden von 52 Euro ihr kriegt pro Tag 10 Banana das bedeutet ihr habt ein passives Einkommen pro Tag von knapp 530 Euro ok und zu Peak Zeiten also hier bei den 106 wart ihr pro Tag über 1000 Euro Dividende die euch ein Cyber Kong abgeworfen hat ok also eine ganz ohne und auch hier natürlich wieder wir haben gesehen dass gerade momentan der Banana Kurs eher unten ist tendenziell tendenziell jetzt am steigen wir haben hier gesehen dass die der Durchschnitt gerade eher nach unten geht wobei eben hier aufpassen da sind die ganzen Baby Kongs die nichts abwerfen auch mit drin und so kann man jetzt natürlich darüber philosophieren ob es Sinn macht für 104 Ethereum einen Cyber Kong zu kaufen und darauf spekuliert dass der Banana Preis wieder steigt wie auch immer das muss natürlich jeder für sich entscheiden also das müsst ihr ganz alleine wissen von diesen NFTs die Dividenden abwerfen also ein passives Einkommen generieren gibt es mehrere sie sind aber nicht immer leicht zu finden also das heisst da müsst ihr wie gesagt Twitter ich habe auch wirklich aber eine Abneigung eigentlich ich habe mich lang gewehrt ein Twitter Account zu machen aber musste jetzt halt um eben im Zuge dieser NFT Geschichte am Ball zu bleiben Discord auf Twitter den wichtigen Leuten folgen wie eben zum Beispiel den Pranksy wie wir gesehen haben der hat neun Stück von den Dingern gekauft und einer geht jetzt oder bietet er gerade an für 104 Eter das ist der Grund warum man einem Pranksy folgen sollte also das ist nicht das blödeste was man tun kann wie gesagt auch wenn ein Projekt egal ob es in Zukunft gemintet wird oder ob es bereits existiert es ist natürlich immer die Frage lohnt sich das oder lohnt sich das nicht grundsätzlich was mich betrifft also wirklich jetzt mich persönlich ich kaufe mir NFTs bis zur Zeit maximal wirklich absolut maximal 0,1 äther okay also ich bin auch in diesen bohemian bulldogs drin ich habe dann noch eine zweite geschichte da mache ich dann gleich noch ein video dazu weil dieses projekt möchte ich vorstellen das finde ich ganz cool aber wie gesagt das muss jeder von euch wissen aber ich denke mir mal so 0,05 und 0,05 und 0,1 äther das kann man sich im Normalfall leisten also das ist jetzt nicht irgendwie so dass man dann gleich zwei Monate nichts mehr essen kann und wenn ihr diese Werkzeuge anwendet dann ist die Chance gross dass ihr da was zumindest halbwegs vernünftiges erwischt jetzt noch zum kauf von neu geminteten NFTs also das heisst wenn ihr in einem Pre-Sale oder in einem Public Sale drin seid schaut dass ihr mindestens zwei von den jeweiligen NFTs kauft im Idealfall sind es drei die ihr euch bei einem Pre-Sale oder in einem Public Sale kauft jetzt warum super warum soll ich jetzt mehr Geld ausgeben das ist ein bisschen eine Absicherung und zwar geht es darum es gibt viele Projekte die nach dem Public Sale in den nächsten ein zwei Wochen steigen und zwar ziemlich heftig steigen und danach wieder ziemlich in die Knie gehen und wenn ihr jetzt hergeht und diesen Aufwärtstrend also nach einer Woche nach anderthalb Wochen wann immer ihr möchtet ausnutzt und euren ersten NFT verkauft dann habt ihr zumindest mal den Kaufpreis von allen drei NFTs wieder drin okay also das heisst es ist euch dann in Anführungsstrichen egal ob dieses Projekt stirbt oder ob es steigt weil ihr habt zumindest die Anschaffungskosten von allen drei NFTs wieder drin eventuell sogar mit ein paar hundert Euro Gewinn je nachdem wie sich dieser Token halt verhält in den ersten ein zwei Wochen okay aber so mit dem ersten also mit dem dritten NFT quasi bezahlt ihr eure Einlage eure Investition holt die möglichst schnell wieder raus danach beim zweiten NFT würde ich dann sagen dass man sich das mal so ein zwei drei Monate anschaut was sich so grundsätzlich tut in diesem Markt in diesem Projekt auch da helfen euch natürlich diese Kurven die ich euch gezeigt habe und es ist keine Schande wenn ihr Profit mitnehmt also es macht euch niemand also es dreht euch keiner einen Strick wenn ihr eure NFTs verkauft okay das ist ganz normal und das ist ja auch so wenn ihr euren NFT verkauft dann ist im Normalfall eine Royalty drauf also das heisst der Minter wird an diesem Verkauf beteiligt also das heisst ihr macht sogar dem Projekt einen Gefallen weil die halt wieder einen gewissen Betrag zugebucht bekommen und wie gesagt wenn ihr da so nach ein zwei oder drei Monaten reinschaut und wir nehmen jetzt einfach mal an ihr habt 0,1 Ether für einen dieser NFTs bezahlt die Ausgaben habt ihr mit dem ersten NFT den ihr verkauft habt bereits wieder drin und wenn dieses Projekt jetzt auf zwei drei vielleicht sogar auf vier Eta steigt dann könnt ihr euren zweiten NFT verkaufen somit habt ihr zumal ordentlich Gewinn abgeschöpft wie gesagt das ist keine Schande und zum anderen habt ihr noch einen NFT und da könnt ihr dann schauen vielleicht nach sechs Monaten nach einem Jahr oder nach zwei Jahren oder wie bei den Kryptopunks nach drei und vier Jahren wo die plötzlich explodiert sind ihr habt noch einen eure Investition ist zurück die habt ihr mit dem ersten bezahlt ihr habt Gewinne mitgenommen mit dem zweiten und den dritten der frisst kein Heu in eurer Wallet und wenn das Projekt explodiert und das Ding kostet dann plötzlich 20 30 oder 50 Äther naja nichts falsch gemacht würde ich sagen das war es jetzt aber mal grob zum Thema Bewertung von PFP Gaming NFTs und natürlich als Zusatz diese NFTs die passives Einkommen generieren wenn ihr etwas mitnehmen konntet aus diesem Video lasst mir einen Daumen hoch da wenn dem nicht so ist einen Daumen nach unten Kommentare Anregungen weiterführende Informationen bitte unten in die Kommentare Das war es von meiner Seite bis zum nächsten Mal wir sehen uns und Tschüss euch